Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. Ich melde mich nach langer, langer Zeit mal wieder zurück mit diesem Spiel. Und ja, das Let's Play geht jetzt sozusagen weiter. Ich weiß gar nicht, wo genau wir aufgehört. Wir können nichts passieren, Ducky. Ich weiß, Hon. Die Riegel. Gut. Er hat eine Schmerzung. Er nimmt Nitroglycerin-Tableten ziemlich regelmäßig. Ich habe ein paar Schmerzungen, die er nicht mehr überrascht hat, und er muss nach dem Krankenhaus gehen. Ja, das ist nicht wirklich eine Option gerade jetzt. Ich versuche ihn einfach zu halten. Er hat eine Temperatur. Ah, fuck you! Ja, er hat nicht gesagt. Es ist nur, dass... Ja? Wir haben Kinder hier. Familien. Er und ich sind eine Familie. Ich bin nur sagen, einige Leute können nicht ein Temperatur wie das. Hell, es scheint, wie du kann. Es ist nur seine Weise. Nicht ihn der Grund, dass er alles verletzt ist. Wo ist sie Mutter? Savannah, ich denke. Oh, ihr seid nicht zusammen. Oh, nein, ich bin nicht ihr Vater. Ich fand sie in der Haus, wenn ich aus der Atlanta bin. Sie hat sich selbst überrascht. Ich glaube, die Mädchen'in Eltern nicht macht es. Oh. Ich habe eine Antwort aufgerufen. Sie waren in Savannah. Sie war mit der Sitter. Es war nicht gut. Well, sie ist Glück, dass Sie haben. Sie sind von hier? Ich arbeite bei Warner Robbins, der Air Force Base. Ja, ich weiß es. Pilot? Nein, einfach Mechanical, Admin stuff. Ich arbeite mit ein paar Schitheads und Bureaucrats all day. Sometimes a plane, wenn ich lucky bin. Du? Ich arbeite bei UGA. Was jemand hier, wenn Sie hier waren? Nein, das Haus war ziemlich verletzt. Wir haben ein paar Schäden aus der Office. Du bist okay? Ja, ich bin okay. Ich bin okay. Du kennst dich jemanden hier? Ja. Die Schäden. Wir waren nahe. Ich bin sorry. Wir haben eine älteren Frau in der Office. Dad holt sie aus, in case sie nicht wirklich tot. Wann die Inhaber nicht des Lands, äh, ließ Eltern? Ich glaube schon, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, da liegt noch eine Energieriegel. Den nehmen wir auch mal mit. Und geben mal Clementine ein. Das ist nicht viel, aber hier geht's. Danke. Natürlich. Geldautomat. Das ist nicht verletzt. Ich bin klar, dass das Ort nicht verletzt wurde. Es ist nicht verletzt. Es hat niemanden eine Chance zu donateen, bevor das alles ging. Central High-Tech State. Die Papers sind ein paar Jahre alt. Das ist wie Jahre alt. Hier. Ich habe etwas zu essen. Oh, um, danke. Du bist willkommen. Bist du sicher, dass deine Frau es nicht braucht? Sie ist gut. Ich versuche, sie zu verabschieden und zu wateren. Du bist ein guter Begeber. Danke. Ich bin immer noch für die Batterien für den Tag. Danke. Ich erinnere es. Das mit dem Radio haben wir schon gemacht. Ich erinnere mich. Ah, da liegt eine Batterie. Perfekt. So, und dann gebe ich hier Duck nochmal einen Riegel. Es ist nicht so viel, aber hier. Für den Tag. Oh, danke, Lee. Er hat es geprägt. Sehr süß, Lee. Aber ich glaube, wir brauchen noch eine zweite Batterie. Was? Fehlt aber noch eine, ne? Ja. Danke. Ich erinnere es. Die Musik ist auch schön, oder? Oh, Mann. Das ist toll, Lee. Und dann kam ich nach der Rückseite. Meine Eltern kam in hier, um zu überleben. Aber es sieht aus wie einer von ihnen was hurt. Ich wusste, ob es mein Vater war. Vielleicht versuchen, ein Hero zu sein. Oder zu retten. Da ist ein Bild da oben. Findet ihr? Es ist ein Bild von der Familie. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer du bist. Ihr Lee Everett. Du bist ein Professor in Athens, der hat ein Staatsanwalt mit deinem Frau. Das ist dein Vater. Die Leute in der Stadt wissen, der Vater hat sich ein Leben. Aber ich bin ein Reporter für W.A.B.E. in Atlanta. Ich beantworte zu diesem Trial. Vielleicht bist du ein Mörderer, aber ich weiß nicht wirklich. Frankly, das ist ein Bild, das könnte kommen in Hande sein. Hm. Du sagst jemandem da, wer du warst? Oder du warst mit diesem Ort? Nein. Ich bin in den ersten Namen für eine Grunde. Na gut. Du bist ein guter Mann. Und das letzte, was wir brauchen, ist Drama. Du hast diese kleine Frau, und... Schau, mach mich nicht falsch auf das. Ich habe nicht gedacht. Gut. Weil das dauert länger als ein paar Tage, und du bist der Gruppe für die Gruppe, dann haben wir ein Problem. Ich höre dich. Ich werde es nur zu mir behalten. Danke. Es geht nicht. Was ist das? Das war mein Vater's Kanes. Er würde sich hier auf ihn von Zeit anziehen. War er sick? Nein, er war okay. Ich habe ihn mit dem Wupp shoplifters gesehen. Das Kanes hat sich verletzt, das Ort besser als ein Gorddog ever könnte. Plus, er wusste, wie es zu machen. Du bist so cool. Wie du mit deinem Hand. Mein Vater gab es mir. Sieh, Vater ist so smart. So... Was haben wir hier noch? Alter... Ich kann die Kamera nicht drehen. Okay. Wollen wir nicht in die Hintergasse? Tür zur Apotheke. Okay. Dann machen wir das mal. Ich werde das Fenster öffnen. Ich kann die Tür öffnen? Kann ich helfen? Natürlich. Hier geht's. Ja, es ist nicht so schwer. Wie geht's mit dem anderen? Es ist nicht gut. Nein, es ist nicht. Aber ich denke, es wird okay sein. Okay. Hier geht's. Hast du Kinder? Nein. Nein. Du hast keine Familie? Ähm... Dinge wie so. Wie, ähm... Social Studies? Ja. Wie so. Du hast nicht meine Frage answered. Okay. Ein bisschen weiter. Warum willst du nicht über deine Familie sprechen? Sind sie, wie... Sie lieben dich? Damit wir... ... ihr Vertrauen gewinnen. Dass sie uns vertrauen kann. Weil sie tot sind. Oh... Entschuldigung. Du wusstest nicht. Ich bin nur entschuldig, dass du dumm bist. Schau, meine Familie ist weg und ich wünschte, dass Dinge anders gewesen wären. Ja. Ich... Ich bin... ... in eine Kampf. Und was hat sich passiert? Und es hat wirklich schlecht gemacht. Und... ... es hat sich nicht geholfen lassen. Nachdem habe ich nicht mit meiner Familie zu sprechen. Das ist so schade. Lass uns das Ding anziehen. Au! Oh! Du bist okay? Ich verletze meine Finger. Ist es verletzt? Ein bisschen. Hat sie sich doch noch verletzt? Äh... Okay. Schublade. Was, das war alles? Das ist die Kamera zu meinem Vater TV. Aha. Okay. Wir hatten hier doch Verbandszeug. Da ist ein Band-Aid in da, ich bete. Oh, gut. Lee? Ja? Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen und ich nicht da bin? Sie werden uns aufhören. Keine Angst. Ja. Okay. Aber wir sollten uns aufhören. Ich habe meine Walkie-Talkie, falls sie so versuchen. Bleib bei mir bis dann. Okay? So, ich wollte jetzt hier gerne einen Verbandskasten. Haben wir jetzt das Pflaster genommen? Okay. Hier oben ist noch ein Fernseher. Das ist was ich dachte. Was soll das denn heißen? Äh... Was? Die Fernbedienung? Ah ne, das ist ein Pflaster! Hahahaha. Lass uns diese Karte aufhören. Ja, bitte. Das sah aus wie eine Fernbedienung. Beziehungsweise die Fernbedienung, die wir gefunden haben. So, können wir jetzt hier rein. Das ist die Tür zur Pharmazie. Wir sollten da können, die Pfeile für Larry finden. Okay. Also müssen wir wieder raus auf die Straße. Okay. Also müssen wir wieder raus auf die Straße. Das Frau sagte, dass du jemanden hast. Was das denn, weil er eine der Dinge versucht, dich zu essen? Das ist kompliziert. Manchmal passiert Dinge, oder... Du machst Dinge, oder... Du machst Dinge, oder... Du machst Dinge, oder... Du kannst sie nicht erklären. Du kannst sie nicht erklären. Lass uns, äh, zurück zu den anderen gehen. So, was war das denn grad von Larry? Ähm... Wir brauchen allerdings auch noch ne Batterie, ne? Was ist das? Hä, was war denn das? War das ne Batterie? Ja. Ja. Da links in der Leiste. Das ist ganz oben jetzt, glaube ich, die Batterie. Ja. Und hier ist noch eine andere. Ich kann es jetzt arbeiten. Hey, da. Das ist Glenn. Und, äh... Ich bin irgendwie in a jam hier. Uh, little girl, wenn du da bist, kannst du dein Vater auf der Telefon? Oder auf der Talkie, oder was? Das ist Lee. Was ist das? So, ich bin da mit dem Motoren, und... Well, ich bin stuck. Stuck? Ja, ich, äh... Ich habe eine Chance zu bekommen, für die Gruppe. Und, äh, ein paar von den Romanen haben, hat sie auf mich. Ich bin hier hinten, aber sie werden nicht verlassen. Was ist es? Glenn ist auf dem Motoren Inn. Hey, Glenn. Wir werden uns überlegen, und senden die Gruppe zu kommen. Okay? Awesome. Ich werde ruhig sein, bis dann. Gut. Ich werde das noch nicht, bis wir Glenn zurückkommen. Okay? Ich werde gut gehen. Was du denkst? Ich denke, Doug ist nicht großartig über Zombies. Du hast deine Familie hier. Ich nehme Carly und ihr Tadeye nach dem Motoren Inn, gehe Glenn, und gehe zurück hier, so schnell wie ich kann. Wenn das, was du willst, dann muss jemanden. Ja. Ich bin da. Gut. Es klingt nicht zu schlecht, gerade jetzt. Lass mich wissen, wie du raus willst. Ich könnte einen Jog benutzen. Ja, aber ich möchte doch erstmal Radio hören. Deswegen habe ich dort die Batterien jetzt extra besorgt. Danach können wir ruhig losgehen. Es funktioniert noch nicht? Ja. Ich kann es nicht herausfinden. Lass mich auf das Ding nehmen. Geh' weiter. So, gib' mal her. Hm, nichts. Wir hatten doch schon zwei Batterien. Wir hatten doch schon zwei Batterien. Toll, Falschrum reingelegt oder was? Geht's jetzt? Ja. 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 Da. Ein Tür. Ja. Ja. Wie warst du hier? Wir fahren auf den Cherry Blossom Festival. Real hart-hittig Sachen. Das ist gut. Das Radio-Sign-Off war nicht so gut. Du bist okay? Ich bin okay. Okay, dann. Wir brauchen nicht zu sprechen. Danke. Ich kann jetzt nichts 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 tun, was ich jetzt nicht tun kann. Das war anscheinend ganz gut. Dann lass uns mal losgehen. Bereit, um raus zu gehen? Du hast es. Du? Ja. Los geht's. Scheiße. Geh runter! Richtiges Topmodel. Not yet. Da ist ein Survivor trapped da. No way. Wir müssen jetzt gehen. Listen. Ich war hier nachher für Gas. Und dann, da in der Corner Room, ich hörte crying von innen. Wer ist es? Es ist eine Frau. Wir sprachen, und sie wurde frightened. Ich war zu versuchen, zu helfen, und sie fingen und sagen, ich war bitten. Ich versuche, dass ich sie nicht wusste. Und das ist dann, wenn alle diese Leute kamen aus der Forst. Einige haben mich. Und ich kam in der Ice Machine. Lucky you. Now, let's go. Wir können nicht nur sie weg. Das ist richtig, wir können. Ihr seid ein Schwierigkeiten. Über eine Frau. Ich schaffe sie, mit oder ohne Sie. Ich schaffe sie, wenn es Sie war. Okay. Wir gehen und schaffe Glenn's damsel in Distress. Okay, this is the plan. Wir wissen, wie schwer es wird sie aus dieser Raum kommen. Ja, es ist boarded. Also, wir müssen alle von ihnen hier in ordern töten. Halt und kräftig. Der Ruhige attraktiert diese Sachen. Jetzt schauen wir uns mal. Okay. Okay. Spiel über die Mauer W. Es hat gespeichert. Deswegen werde ich hier einen Cut machen. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter, wenn wir Glens Jungfrau retten. Hat der Kali so schön gesagt, ne? Also. Bis zum nächsten Mal. Bei The Walking Dead. Das war's für heute.